Vor einer Woche ging es mir auch so. Ich bin aus heiterem Himmel mit einem Vorhofflimmern hier auf der Notfallstation gelandet. Zum Glück haben die Herzspezialisten gerade sofort die richtigen Massnahmen getroffen. Das ganze Team hat sich rundum um mich gekümmert. Ich wurde nicht einfach als Herzpatient behandelt. Hier in der Ita Wegmann Klinik Zahlesheim wurde ich als Mensch empfangen. Sie haben dafür gesorgt, dass ich den Rhythmus wieder finde. Sein Tag geht's Schritt für Schritt aufwärts.